Es ist mir ganz wichtig, dass unsere Bürgerinnen und Bürger Vertrauen in die Justiz haben. Denn nur dann ist die dritte Gewalt, die Justiz, ein Garant für den Rechtsstaat. In der NS-Zeit ist das Rechtssystem schlicht pervertiert worden und deswegen ist es für die Justiz heute wichtig, auch für den Rechtsstaat, für eine Demokratie, für die gesamte Gesellschaft, dass wir Justiz, Recht, Rechtsstaat haben, aber eben auch Werte und das müssen wir insgesamt auch alle miteinander verteidigen. Mehr Informationen auf www.naguerndal.de www.pắmfänger.de www.pắmfänger.de